Hallo Grillen-Internet-Gemeinde. Ich habe ein neues Spielzeug. Wie das verpackt war und wie mein erster Eindruck so ist, das zeige ich euch jetzt. Jetzt kommen wir zum Aufmachen von dem guten Teil. Verpackt ist es ganz ordentlich. Lieferzeit bei Augenöffnung. Wir gucken mal rein. Bleweband gibt es genug anscheinend. So. Ich schätze mal der Motor. Eine Halterung. Noch eine Halterung. Bedienungsanleitung. Englisch. Schick ein Stück der Vorplatz. Wir müssen die Fleischgabeln sein. Und der Drehspieß. Sogar mit Blechen geschützt. Damit ihr nicht durchmarschiert seid. So. Von der Verarbeitung. Ganz gut. Aber an einem 4-Kant-Stahl kann man auch nicht viel falsch machen. Schauen wir uns das mal genauer an. Fleischgabel. Ok. Zwei lang. Zwei kurz. Sieht auch aus, als könnte man die vielleicht noch wechseln. Nein. Das ist verpresst. Macht soweit einen ganz guten Eindruck erstmal. Dann. Der kommt auf die Seite. Da kann man auch mal nichts falsch machen. Macht auch einen guten Eindruck. Ziemlich schwer auch alleine. Also fühlt sich nicht an wie blankes Plastik. Hier haben wir fast wie beim Schweden. Kleinen Imbussschlüssel dabei. Der. Ich weiß nicht ob das ergonomisch geformt sein soll vielleicht. Oder ob der mal schwer mitgekriegt hat schon. Sieht fast aus mit Fragezeichen. Hier haben wir noch ganzen Schrauben. Das wird auch für die Motorhalterung gleich sein. Eine ist die Rolle. Und hier. Die kleinen Flügelschrauben. Um die Fleischgabel zu klemmen. Kann man nicht viel falsch machen. Ok. Das sieht schon mal gut aus. Das ist auch alles Edelstahl ist. Nicht magnetisch. Kein bisschen. Der ist wieder magnetisch. Ok. Hier könnte man zur Not ja nochmal. Einfach aus dem Baumarkt. Andere Flügelmutter reinmachen. Wenn einem das zu klein ist. Hier vom Drehen. Fasst sich aber ganz gut an. So. Jetzt schauen wir uns die nochmal an. Lackiert. Ist ok. Keine Macken irgendwo. Schöne Falz drin. Als Verstärkung. Damit sich das nicht verbiegt. Ist auch gut. Fällt mir. Das selber. Hier. Und hier. Ich weiß nicht. Wie nennt man das? Sicken. Falze. Auch. Ziemlich stabil. Also mit der Hand. Verbiegen tut man das nicht. Und jetzt kommen wir nochmal zum wichtigsten. Nämlich den Motor. Sonst nichts mit tun. So. Der Motor. 22 Volt. Blablabla. 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 For outdoor use. Ok. Gehen wir mal davon aus, dass die Kiste auch wasserdicht ist. Oder. Jedenfalls. Macht es ein bisschen Regen. Vielleicht nichts aus. Im Wasser würde ich ihn jetzt wahrscheinlich nicht drehen lassen. Der Schalter ist auch. Mit einem Gummikäppchen geschützt. Hier schonmal. Ok. Ich mache das gerade mal auf hier. Dann steckt man einfach mal in die Steckdose. Und hören auf das mal. Schauen kurz. Ob das überhaupt funktioniert. Rotmaschinen raus. Drehspieße rein. Hier sieht man den Vierkant. mit. Dreht sich ganz gemütlich. Das sieht schonmal sehr gut aus. Eine Geschwindigkeitsverstellung hat er leider nicht. So würde ich das Ganze dann halten. Universal. Auch überall. Festschraubbar eigentlich. Ich brauche nur ein Blech. Und Schrauben für Löcher. Die beiden hier haben keine Funktion denke ich. Ich gucke gleich an die Anleitung. Aber ich denke nicht. Die Rolle läuft dann hier auf der anderen Seite vom Griechen. Das hat auch genug Spiel. Ist eigentlich auch passend. Hier wird der Lack natürlich dran glauben. Sehen ob das dann anfängt zu rosten. Auf jeden Fall das erste. Der erste Eindruck ist echt positiv. Ziemlich massive Geschichte. Auch der ist echt studier. Die Bedienungsanleitung ist wahrhaftig auf Deutsch dabei. Und hier steht auch nichts von den kleinen Blechen. Wie man die Geschichte einbaut. Der Gasgrill auch nochmal beschrieben. Aber wir wollen sie ja einen Kugelgrill anbauen. Und da brauchen wir die eigentlich nicht. Die sind ja technisch hochbekannt. Also die Männer brauchen keine Anleitung. So jetzt war das neue Spielzeug ausgepackt. Der Eindruck ist echt gut. Wenn ihr wissen wollt was da jetzt alles drauf gezaubert wird. Schaltet wieder ein. Lasst am besten ein Abo da. Dann verpasst ihr es auf jeden Fall nicht. Und ich würde sagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann.